Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie man mit der unter Windows 10 integrierten Rechner-App Funktionsverläufe darstellen kann. Dazu habe ich die Rechner-App gestartet, vergrößere die Ansicht und wechsle vom Standardmodus in den Diagramm-Modus. Es wird mir nun sofort ein Koordinatensystem mit der y- und der x-Achse angeboten. An dieser Stelle werde ich nun den ersten Funktionsverlauf bzw. die erste Funktionsvorschrift eingeben. Ich wähle eine ganz einfache Funktionsvorschrift, nämlich x plus 1, return und schon wird mir der Funktionsverlauf angeboten. Indem ich über den Graphen ziehe, werden mir die einzelnen Funktionswerte angeboten. Mit dem Scrollrad der Maus kann ich die Ansicht vergrößern und natürlich auch wieder verkleinern. Drücke ich auf die linke Maustaste kann ich den mich interessierenden Bereich verschieben. Will ich den Bereich von Hand einstellen, der mich interessiert, so geht das an dieser Stelle. Hier ist es möglich, maximale x- und y-Werte anzugeben und zum Beispiel auch die Linienstärke zu verändern. Ich gebe nun eine weitere Funktion ein, das geht an dieser Stelle offensichtlich, x-2 und noch eine weitere Funktion, x-return und schon sind drei Funktionen eingezeichnet worden. Möchte ich nun einzelne Funktionsverläufe ausblenden, so kann ich einfach hier anklicken und schon werden die Funktionsverläufe ausgeblendet, die mich nicht mehr interessieren und ich kann sie natürlich an dieser Stelle auch wieder einblenden. Möchte ich eine Funktion ganz löschen, so geht das an dieser Stelle. Möchte ich die Farbe und andere Einstellungen verändern, so kann ich hier Farboption und Stiloption auswählen und es ist sogar möglich, eine vollständige Kurvendiskussion durchführen zu lassen. Das werde ich nun an einer entsprechenden Funktion zeigen. An dieser Stelle erfolgt eine Analyse des Funktionsverlaufs. Wir sehen, hier ist der x-Achsenabschnitt eingezeichnet, also der Wert an dem die Funktionsvorschrift die x-Achse schneidet, der y-Achsenabschnitt ist eingetragen, also diese Stelle. Es ist die Position eines Minimas angegeben, also ein Minimum liegt an der Stelle 0, minus 1 und es sind auch hier für Maxima und Wendepunkte weitere Informationen angegeben. So kann ich auf diese Weise also eine vollständige Kurvendiskussion durchführen. Mithilfe der rechten Maustaste kann ich nun das Ganze kopieren, um es zum Beispiel STRG-V in anderen Programmen wie Word weiterzuverwenden. Abschließend möchte ich noch einen Fall zeigen, der häufig falsch eingeschätzt wird. Dazu werde ich eine quadratische Funktion eingeben, x² gleich, wird nun vor der eigentlichen Rechenoperation, nämlich dem Quadrieren des x, der Wert von x mit einem weiteren Wert addiert, zum Beispiel x plus 2 und erst jetzt wird das Quadrieren vorgenommen. So ergibt sich daraus, durch diesen Wert, der der eigentlichen Laufvariablen hinzuaddiert wird, eine Verschiebung nach links und nicht etwa, wie man zunächst vermuten könnte, eine Verschiebung des Funktionsverlaufes nach rechts. Führe ich das gleiche durch und lasse den Wert der der Funktionsvariablen durch minus kleiner werden. So ergibt sich daraus natürlich eine Rechtsverschiebung und nicht etwa eine Linksverschiebung. Wie Sie sehen, kann ich auf diese Weise sehr viele verschiedene Funktionen auf einfache Art und Weise betrachten und analysieren. Das ist sehr viel einfacher als mit Spezialprogrammen und es ist bereits unter Windows 10 integriert. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen die Diagrammfunktion des Rechners unter Windows 10 nahe bringen und schmackhaft machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.